Da beweisen wir ganz genau, da ist keiner Favorit, ganz gleich, ob man jetzt da spielt oder am Vatola-Kreis. Und das ist für beide Mannschaften wichtig, weil ich glaube, dass die Mannschaft, die was mehr investiert, die Mannschaft, die was mehr an den Sieg glaubt, wieder schlussendlich das Spiel gewinnen können. Das war dann, glaube ich, auch schlussendlich einfach das Erfolgsgeheimnis, dass wir einfach wirklich eine komplette Einheit waren. Also jetzt nicht nur wir Öffernplatz, sondern die gesamte Mannschaft auch mit den Leuten, die draußen gesessen sind, die auch eingekommen sind, wie der D.A. und der Gnasi, die wirklich nochmal einen neuen Schwung bringen haben können. Und genauso muss es am Sonntag auch sein, dass wir immer als Einheit auftreten, dass jeder Spieler seine eigenen Stärken ausspült.